Das hier ist eine neue Geschichte auf einen neuen Tag, eine neue Erkenntnis eines menschlichen Lebens. In der Natur des Menschen liegt die Veränderung der steiggewandenen. In der Natur des Menschen gibt es keine Veränderung, die durch Kreisen oder mehr. Wenn sie das Veränderung der Kreis werden, dann benötigt sich die eigene Achse, dann benötigt sich die eigene Achse, dann benötigt sich die eigene Achse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, da sind wir wieder von der Love Parade 1998 live für euch dabei. Wir haben jetzt 9 Uhr und wir sind noch ganze zweieinhalb Stunden für euch am Start. Sozusagen halb zwölf und hier geht die Party. Sven Beth legt gerade auf. Können die Kamera gleich mal kurz hier gucken? Die Leute, super gute Laune. Wow, schon unglaublich. Außerdem habe ich hier noch ein paar Paxe. Also der Steffen, der hat mir jetzt mehrere Male gepaxt mit einem D2 Message Plus. Und er möchte, dass ich seine Cousine Silvana grüße. Außerdem Jacqueline M. aus Bühlhausen. Und das Party-Ersatzamt. Ich kann die aber leider nicht mehr grüßen, weil die sind auf ihrem Wagen irgendwo. Keine Ahnung, das kann ich von hier nicht sehen. Da komme ich auch jetzt nicht mehr hin. So wie das. Ah ja, ich habe noch ein anderes Wagen. Okay. Also hier schreibt Sabine. Sabine grüßt ihre Freundin Yvette. Die feiert heute in ihren Geburtstag rein. Die bekommt eine Überraschungsparty. Also müsste jetzt eigentlich um diese Uhrzeit sein. Sie grüßt ihr ganz herzlich. Kann leider nicht dabei sein. Sie wäre gerne da. Aber sie wünscht ihr um 12 Uhr ein super Geburtstag. Alles Gute. Das war's. Erstmal von meiner Seite aus. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Impressionen. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020